Ja, wahrscheinlich kommt heute die Leitung einer großen Kleinpartei in unsere Talkshow, in die Talkshow mit den NextScientistsForFuture.de, eben auch wegen des 56-Prozent-Zieles. Denn bisher haben nur die simulierten Bundestagswahlen und die vielen anderen Testsituationen den Schluss nahegelegt, dass wer die NextScientistsForFuture-Reformen großteils auch den WählerInnen anbietet, egal ob im Rahmen eines Volksentscheid-Wahlprogramms oder so, dass der am ehesten mit bis zu 56 Prozent Wählerstimmen rechnen kann und sonst niemand. Ja, also von daher bin ich mal gespannt, ob das heute Abend tatsächlich so dann geschieht. Ich bekomme nachher einen Anruf, wurde jedenfalls angekündigt. Ja, und dann vielleicht noch, was ich dieser großen Kleinpartei empfehlen würde, ist sozusagen unbedingt, dass man quasi auf der Homepage eine Liste, in ganz prominenter Position, eine Liste der Experten führt, wo es dann heißt, zum Beispiel Gesundheitsreform, Experte, NextScientistsForFuture, Experte 2, XY, ja, oder parteiinterner Experte Müller oder Meier oder sonst wie, ja, also so, dass man dann sozusagen pro Reform, zum Beispiel Reformernährungssystem, Experte, NextScientistsForFuture, andere, und wenn irgendwas ist, wo man vielleicht, was weiß ich, ein Reformkonzept der NextScientistsForFuture, ja, eher vielleicht etwas riskant empfinden würde, dann benennt man für diese Reform dann die NextScientistsForFuture eben nicht als Experte, sondern nur für die Bereiche, wo man sozusagen, ja, eben das gerne möchte, ja. Und dadurch, und heute Abend werde ich dann auch, wenn diese Leitung der großen Kleinpartei kommt, dann werde ich das so machen, dass ich Stuhlwechsel praktiziere. Das ist aus, in der Psychologie arbeiten wir sehr häufig damit, dass man einfach quasi im Geiste auf einen anderen Stuhl wechselt und dann einen anderen Standpunkt teilnimmt. Zum Beispiel darstellt, ich könnte zum Beispiel bei der Gesundheitsreform dann eben eben zum Beispiel den Standpunkt einnehmen, wir brauchen ein staatliches Gesundheitswesen, also ein Gesundheitswesen in öffentlicher Hand statt in privater Hand zum Beispiel und daraus mal argumentieren. Ja, und so könnte man dann darstellen, was es bedeutet, unterschiedliche Perspektiven darzustellen und wie wichtig es ist, dass es auch immer widersprechende Experten gibt, auch wenn die sich noch so sehr irren. Wir können ja dann wieder antworten damit, dass wir dann erklären, welche vorteilbringenden Irrtümer diese anderen Experten infiziert haben und sie deswegen in Irrtümer hineingebracht haben und damit zu einer ineffizienten politischen Vorstellung gebracht haben. Hier unten rechts an dem rundlichen Ding bitte schneller drehen. Generell, generell schneller drehen. Ja, und dann gucken wir uns mal an. Ja, also und dann das, was wir denen natürlich auch empfehlen, ist diese Öffnung, ja, sagen wir zwischen zwei und maximal sieben Wahlalternativen den Wählerinnen zum Konsensieren anzubieten und damit echte Basisdemokratie zu realisieren und nicht die Parteibasis quasi Wahlalternativen und Vorschlagsalternativen wegzukonsensieren zu lassen. Die stellen sich vor, die Parteibasis konsensiert jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, die konsensiert genau diese vier Vorschläge weg, die Parteibasis. Aber in einem Volksentscheid hätten die WählerInnen genau diese Alternative hier zum Beispiel gewählt. Dann sehen Sie doch, dass damit das parteiinterne Konsensieren, also Antibasisdemokratisch wirkt. Ja, denn es gibt ja, also man muss die Auswahl zwischen den Vorschlägen muss man den WählerInnen überlassen und nicht durch die Parteibasis vorgreifen dieser Entscheidung der WählerInnen, denn dann ist es keine Basisdemokratie, weil man nämlich dann die WählerInnen ja wiederum entmachtet. Ja, und ihnen wieder nicht die Auswahl und das Kennenlernen der anderen Seiten und die Auswahl überlässt. Ja, und deswegen dieser Volksentscheid nach der Wahl und dann, ich habe das so gemacht, dass ich dann jetzt hier rüber wechseln kann. Ja, dann kann man sich hier anschauen. Gesundheitsreform hat man hier drei Auswahl, also drei Vorschlagsalternativen zur Auswahl. Ja, und so geht das, Kinderkrippen und Kindergärten und so weiter, alles mögliche, Wirtschaft, Handel, Mittelstand. Ja, hier kann man das dann alles nochmal nachlesen, wenn man will. Sie können das Video jeweils stoppen, die Sendung stoppen, dann können Sie alles lesen, ja. Ja, und jetzt könnte man hier die Petition noch anschauen, aber so weit will ich ja jetzt gar nicht gehen. Also, unsere Empfehlung an die Neuparteien generell denken eher in Volksentscheidwahlprogrammen, echte Basisdemokratie, der Entscheidung der WählerInnen, nicht durch Partei, dem Konsensieren der WählerInnen, nicht durch parteiinternes Konsensieren und Aussondern von Vorschlagsalternativen sozusagen vorgreifen und auch nicht durch Willkürentscheidungen einzelner Personen, nicht willkürlich vorgreifen, sondern eben die Parteiarbeit besteht daraus, die wesentlich, die am zentralsten sich unterscheidenden Vorschlagsalternativen schön nebeneinander aufzulisten in solchen Volksentscheidwahlprogrammen. Und die Partei, die das in Zukunft am besten macht, die wird die größte Wählergunst gewinnen und die da also auch die wichtigsten Experten ausgräbt, sozusagen die wird die beliebteste Partei der Zukunft sein. Das ist die Grundüberlegung, wenn man es wirklich ernst meint, mit echter Demokratie. Zum Beispiel könnte jetzt bei diesem Stuhlwechselmodell, ich lese jetzt also noch von den Kurzmeldungen hier vor, könnte es zum Beispiel auch sein, dass ich noch die Position Öffnung für Wunderheiler eingehe. Also das heißt, ich habe zwei Stuhlwechselmodelle. Also Stuhlwechsel staatlich, also Stuhlwechsel eins staatlich und zwei Wunderheiler. Wunderheiler heißt, dass dann eben sozusagen alle Wunderheiler eben zum Krankenkassensystem zugelassen werden, also nicht nur Heilpraktiker, sondern auch jeder, der sich dazu berufen fühlt und der Kundschaft hat. Ja, und diese, er kann dann, also er wird dann umgewandelt, also quasi namentlich umgewandelt in eine Hausarztersatzpraxis oder eine Hausarztersatzgesundheitspraxis oder Gesundheitskommunenpraxis, egal wie man das dann am Ende nennen wird, Schluck Wasser. Ja, und wir haben ja im Moment das Problem, dass wir, wenn wir so eine Öffnung riskieren, wir haben ja eh schon das Problem, dass wir in der Schulmedizin zu viel mit Scharlatanerie und Quacksalberei zu tun haben. Und jetzt würden wir ja quasi nochmal den Raum öffnen für alle möglichen Scharlatane und Quacksalber. Und deswegen sind wir der Meinung, dass das nur mit einem Leistungsmessungssystem gekoppelt funktionieren kann, weil wir sonst einfach Narrenfreiheit für Scharlatane öffnen. Wenn aber die Wunderheiler sozusagen in das Gesundheitswesen reingezogen werden, und zwar wirklich auch zwangsweise, die müssen da bei dem Krankenkassensystem mitmachen, weil nur noch das zulässig sein wird, dann wird es staatlich geprüft, ob sich die Kunden gesund entwickeln oder ob sie eher geschädigt werden, zum Beispiel durch einen echten Scharlatan oder Quacksalber. Und diese Ergebnisse werden ja transparent veröffentlicht in den Leistungsranglisten, in den öffentlichen Leistungsranglisten, sodass dann die Kunden erkennen können, oh, da bin ich offensichtlich auf den Scharlatanen reingefallen oder andere erkennen können, oh, dieser Wunderheiler hat ganz tolle Ergebnisse, zu dem sollte ich wechseln. Und so kombiniert mit Leistungsmessung geht das, und dadurch kriegen wir endlich Ordnung ins gesamte Gesundheitswesen rein. Es ist völlig egal, welche Herkunft oder Ausbildung jemand hat, wenn er Gesundheit fördern kann, dann wird er gutes Geld verdienen in diesem Gesundheitswesen. Und wir sagen damit, also diesem Versuch der Medizinindustrie über das Medizinstudium sozusagen, einen Zugriff auf die Krankenkassengelder zu kriegen, ein Monopol darauf zu kriegen, dem erteilen wir eine Absage und sagen, nein, jeder, der was kann, wird auch von der Krankenkasse honoriert. Und gut honoriert. Ja, denn wir müssen immer bedenken, in früheren Jahrhunderten nannte man also die üblichen Ärzte immer noch überwiegend Quacksalber und Scharlatane. Und das ist jetzt, heutzutage ist es eben gelungen, dass da ein Heiligenschein drangehängt wurde. Das heißt also, die Ärzte haben es geschafft, dass sie als engelsgleiche Vollgötter in Weiß behandelt werden oder betrachtet werden, obwohl es sich in Wahrheit um nichts anderes als eine profitsüchtige Großindustrie handelt, die immer mehr den Zwang zur Erduldung von Körperverletzungen durchsetzt. Ja, denn Zwangsbehandlung als Variante der Folter, sollten wir ansehen, allerdings aus Profitsicht heraus. Also quasi, es wird ja immer mehr so schon die Kinder, ja, die Kinder, wenn sie als Eltern sagen, ich möchte nicht, dass eine Körperverletzung gegenüber meinem Kind begangen wird, egal ob aus Heilungsabsicht oder Gesundheitsförderungsabsicht oder aus welcher guten Absicht heraus, ich möchte das nicht, dann werden sie ruckzuck, wird ihnen das Sorgerecht entzogen und ihr Kind wird Zwangskörper verletzt, Schluck Wasser. Und wie hat das die Medizinsparte, diese profitsüchtige Großindustrie, geschafft? Sie hat sozusagen Milliarden Gelder in die öffentlich-rechtlichen Medien per Werbespots hineingepumpt und in alle anderen Großmedien hineingepumpt. Dadurch fand ein Evolutionsprozess statt, dass also letztendlich nur der Journalist überleben konnte, der von vornherein die gleiche Einstellung hatte wie die Medizinindustrie, also die gleichen Gedanken im Kopf hatte, die gleiche mimetische Entwicklung genommen hat. Denn stellen Sie sich vor, stellen Sie sich ein großes Medium vor und da ist ein Journalist und der schreibt Leitartikel darüber, die ständig die Medizinindustrie kritisieren. Und da wird natürlich die Medizinindustrie und die Pharmaindustrie ihre Werbespots und ihre Werbeschaltungen entziehen. Dann leidet dieses Medium an Geldmangel, ist nicht mehr konkurrenzfähig und geht irgendwann pleite. Also übrig bleibt dann ein Journalismus, der automatisch die gleiche Weltsicht hat wie die Werbekunden. Und genau, man kann das auch zusammenfassen mit dem Satz, wess Brot, ich ess, das Lied, ich sing, darauf läuft die Evolution nicht bewusst hinaus. Das ist oft kein bewusstes, das ist meistens kein bewusstes Betrügenwollen oder Belügenwollen, sondern einfach Journalisten, die von vornherein der gleichen Meinung sind wie die Medizinindustrie. Die machen die größeren Karrieren, da gibt es keine Konflikte mit den Werbekunden, die Werbegelder fließen, die Gehälter fließen und dann, so ist es dazu gekommen, dass also überall Journalisten in den Medien sitzen, die richtige Freunde der Medizin- und Pharmaindustrie sind und der Impfindustrie und so weiter. Und so kommt es dann dazu, dass irgendwann wir jetzt quasi Zwangsbehandlungen und Zwangsimpfungen irgendwann der Normalfall werden, weil wir uns quasi in die Denklogiken, weil wir alle hinein manipuliert sind durch die Vorteilbringenden Irrtümer der Medizin-Sparten hinein manipuliert wurden in eine Weltsicht hinein, aus der wir das akzeptieren. Man könnte ja zum Beispiel auch sagen, nee, wieso? Wer doch möchte, dass sein Kind oder wer möchte, dass er selber geimpft wird und geschützt wird, der braucht sich doch nur impfen lassen, dann ist er doch geschützt. Und dieses Argument, dass es ja auch welche gäbe, denen die Belastung einer Impfung nicht zugemutet werden könnte und deswegen die anderen geimpft werden müssten, damit diese nicht, ja, das sind so um die Ecke Argumente, sozusagen, die dann sozusagen als Vorteilbringender Irrtum die Menschen manipulieren sollen, dass die Gesellschaft insgesamt bereit ist, zu sagen, nee, wir dürfen jetzt gegen das Körperverletzungsverbot verstoßen, weil wir ja diese Schwachen schützen müssen, die und so weiter. Also, ja, also das und mit dieser Logik können sie dann im Prinzip können sie jede Form der Körperverletzung rechtfertigen. Es ist ja schon so, dass bei Kindern quasi massivste chemotherapeutische Vergiftungen an Kindern und so weiter zwangsweise verfügt werden können. Ja, also quasi die Eltern verlieren das Sorgerecht und dann greift der Staat und die Medizinindustrie zu und macht bei Kindern, die Krebs haben, aggressive Chemotherapien, die schwerste Körperverletzungstaten darstellen, unter dem Vorwande der Heilungsabsicht. Aber letztendlich wird damit, werden damit Milliarden verdient. Ja, und das Schlimme ist, also man sieht, wie gefährlich all diese Sparten sind, solange da keine positiven Anreize da sind. Also nur, indem wir positive Anreize setzen, indem wir quasi die Beute wegnehmen. Wir nehmen das Geld für die Chemotherapien und für die Impfungen weg und bezahlen nur noch für Gesundheitswirkung und Krankheitsverhinderungswirkung. Und durch diese starken, neuen, positiven Anreize, nämlich, dass die Verdienstzuschüsse nur noch von dem Gesundheitsergebnis abhängig gemacht werden. Sozusagen dadurch lenken wir die Medizinsparten in den Dienst der WählerInnen sozusagen, sodass sie uns nur noch Gutes tun können. Und das Tragische ist, dass die Sozialsparten im Moment noch viel schlimmer sind als die Medizinsparten. Und auch dort müssen wir eben positive Anreize setzen. Und die Sozialsparten haben viele politisch interessierten Menschen auch in Parteien dazu gebracht, quasi Politik machen zu wollen, die für Sozialspartler profitabel ist, aber für den Rest der Gesellschaft total schädlich ist. Und das sollte man ja dann beenden, indem wir dann immer wieder erklären, ja hoppla, hier dieses Konzept ist ein Irrtumskonzept, weil es ein Konzept der Sozialspartler oder der Medizinsparten ist und ein Vorteilbringender Irrtum dieser Sparten ist, der allen schadet, außer den Sparten selber. Denen bringt er Vorteile. Sozusagen unsere Aufforderung an die Parteien lautet, bringen Sie uns alle, uns widersprechenden Laien-Experten, Amateu-Experten oder ausgebildeten Experten, wir sagen Ihnen dann, warum und wo die sich irren und wo die Opfer von Vorteil bringenden Irrtümern irgendwelcher Sparten sind. und weswegen man deswegen ihre Reformkonzepte nicht übernehmen sollte. Natürlich als Wahlvorschlag, also Vorschlagsalternative in ein Volksentscheid-Wahlprogramm, aber sonst nicht größer sich fixieren sollte auf diesen Vorschlag. Ja, das habe ich aber schon gesagt, dass es ganz wichtig ist, die Expertenbenennung immer nur reformbezogen zu gestalten. Ja, das war es schon mit dieser kurzen wissenschaftlichen Tagesschau. Heute bin ich gespannt auf die Talkshow heute Abend. Tschüssi, bis bald. o o o Vielen Dank.